so hallo und herzlich willkommen zu diesem vorletzten oder zumindest in seinem der letzten streams in diesem kurs ich darf sie alle wie immer ganz ganz herzlich begrüßen und wie immer können sie als allererstes wenn sie lust haben auch kurz hallo sagen schreiben sie was in den chat rein sagen sie kurz hallo und dann weiß ich dass sie da sind und wir auch gleich loslegen können während ich auf sie warte richtig dass hier noch mal ein bisschen ein ich hoffe sie können mich alle hören und sehen und ich hoffe ich bin nicht ganz alleine also wenn sie lust haben geben sie mir noch mal schnell feedback dass sie da sind und dann starte ich auch gleich so sind die ersten im chat und dann können wir auch loslegen was ich heute mit ihnen vorhabe ist so zum abschluss von dem praktischen teil unserer streams noch einmal eine kleine app anzufangen mit ihnen gemeinsam und ich würde heute gerne während wir an dieser app arbeiten ein bisschen über das planen von so einer ganz kleinen anwendung mit ihnen sprechen sie werden ja im anschluss an die klausur dann anfang august damit starten ihr eigenes software projekt umzusetzen das planen wir dann mit ihnen auch entsprechend wir werden in den übungen in dieser woche damit beginnen ihnen organisatorische hinweise zu geben wie sie das dann gemeinsam organisieren können mit versionsverwaltung und github et cetera und bevor sie irgendwie dann mit diesen technischen werkzeugen anfangen ihre software gemeinsam zu programmieren es ist ganz wichtig dass sie sich in irgendeiner art und weise auch erstmal eine ein konzept überlegen das klingt leichter als es ist sie müssen irgendwie versuchen möglichst viel über ihre anwendung herauszufinden sollten versuchen gemeinsame zielvorstellungen zu entwickeln zum beispiel in form von skizzen für das user interface in form von beschreibungen der verschiedenen funktionen vielleicht eine kurze schriftliche festhaltung oder dokumentation der gedachten zielgruppe also für wen ist ihre app gedacht und so ein bisschen was von dem möchte ich heute kurz anreisen einem ganz einfachen beispiel und dann auch anfangen dieses sehr einfache beispiel gemeinsam mit ihnen umzusetzen einfaches beispiel heißt aber dass wir eine sehr einfache app von der idee her entwickeln aber vielleicht was das software design angeht also was die konzepte bezüglich klassen listener patterns et cetera angeht dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr auffahren als eigentlich notwendig ist um da vielleicht noch mal zu zeigen dass man man sich im vorfeld entsprechende gedanken macht und erst mal so eine software skizziert vielleicht auch einen sehr komplexes software design mit vielen klassen und vielen ebenen relativ leicht umsetzen kann und dann die vorteile von so einem mit sich ausgeklügelt sagen aber zumindest etwas durchdachteren software design tatsächlich auch in anspruch nehmen kann ich habe vorbereitet als beispiel für diese sitzung eine kleine soundboard app vielleicht kennen sie dieses prinzip ich abhängt ein knopf und dann spielt ein sound ab und ich würde vorschlagen wir schauen uns das mal gemeinsam an was ich mir so überlegt habe und wie wir irgendwie vorgehen wollen und dann starten wir in dem ersten schritt auch damit dass wir uns vielleicht gedanken darüber machen wie wir diese anwendung jetzt gemeinsam gestalten oder skizzieren können ich habe natürlich auch wieder ein bisschen was vorbereitet das heißt wir können auf ein bestimmtes ziel hinarbeiten aber ich möchte zumindest in ansätzen ihn zeigen wie man vielleicht irgendwie sich so ein paar gedanken auch in form von skizzen etc dazu machen kann ich hoffe jetzt mal ich hoffe mal dass alles richtig eingestellt ist aber wie sie sehen ist hier einiges nicht richtig eingestellt ist doch gerade mein rechner noch mal neu starten deshalb sind jetzt einfach live dabei während ich mein ob es wieder richtig einrichte und da mein whiteboard verwenden jetzt haben sie einen kleinen einblick darin wie das hier im hintergrund immer ausschaut und auch das ändern wir ganz schnell war alles so nicht sein so jetzt hoffe ich muss ganz kurz einen test machen das wieder funktioniert ja das funktioniert wieder und eigentlich wollte ich ihnen ja diesen bildschirm zeigen so und jetzt können wir nach kurzen umbau pause auch direkt loslegen also was möchte ich machen ich möchte mit ihnen schritt für schritt eine eigene kleine anwendung entwickeln und zwar diese soundboard app und wir überlegen uns vielleicht ganz kurz was so die features von so einer anwendung sind und dann versuchen wir eine erste skizze für das user interface zu machen während wir diese skizze für das user interface machen werden uns vielleicht noch mehr dinge einfallen die wir für die konzipierung und die strukturierung unserer anwendung brauchen und dann versuchen wir grob vielleicht mal so ein software design abzustecken mit dem wir diese funktionen dann in android auch umsetzen können das folgt so im ganz groben einer reihe von leitfragen die sie sich immer stellen können wenn sie so ein kleines stück software entwickeln wir machen das jetzt wirklich an einem ganz ganz kleinen beispiel also so eine soundboard app kann man vielleicht auch implementieren ohne sich zu viele gedanken machen zu müssen aber die grundsätzlichen intentionen die hinter diesen fragen stecken die kann man glaube ich auch ganz gut auf andere software projekt übertragen das erste was wir uns fragen ist wo ist der cursor und dann fragen wir uns was soll unsere app eigentlich können also bevor sie irgendwie anfangen software zu entwickeln sollten sie zumindestens grob wissen was denn eigentlich das ziel ist auf das sie hinarbeiten das muss und das ist vielleicht auch gar nicht so gut wenn man irgendwie zu viele und zu detaillierte vorstellungen hat aber je nachdem was man für eine software entwickelt sind wohl definierte anforderungen so nennt man das dann ja auch sicherlich nicht schlecht und das mindest maß was sie irgendwie wissen sollten bevor sie sich irgendwie darüber gedanken machen wie sie technisch an die implementierung herangehen können ist welches problem löst ihre software denn also das ist irgendwie eine eine essentielle frage die sie immer irgendwie beantworten können die auch alle leute im team ungefähr mit der gleichen antwort beantworten sollten was macht ihre app welches problem löst diese app und für wen löst sie das problem wenn sie diese fragen grob beantworten können also was ist ihre motivation was was gibt es irgendwie für ein ein desiderat was was gibt es für irgendwie ein technisches oder organisatorisches problem in der welt und welche leute haben dieses problem und wie kann ihre app diesen leuten helfen wenn sie diese fragen beantworten können dann können sie sich vielleicht mit weiteren aspekten der planung beschäftigen aber das sollte das sollte immer irgendwie für sie klar sein und gerade bei so studentischer software oder bei ständischen software projekten ist das häufig nicht der fall das liegt einfach daran dass sie aus anderen gründen software entwickeln sie machen das nicht um damit geld zu verdienen oder weil sie irgendwie im rahmen von open source vielleicht der welt einen großen gefallen tun möchten sondern sie machen das ja letztendlich weil sie eine note dafür bekommen möchten und dann ist vielleicht die intention eine andere die die der kontext ist eine andere die realität in der sie entwickeln ist eine andere und ganz häufig führt das dann dazu dass man halt irgendwas macht aber diese grundsätzlichen fragen gar nicht beantworten kann also versuchen sie auch hier in diesem kurs allgemein auch wenn sie studentische software entwickeln im rahmen ihres studiums soweit es geht diesen gedanken immer durch die gesamte entwicklung durchzuziehen dass sie ja irgendwie eine app für bestimmte leute entwickeln die ein bestimmtes ziel hat ein bestimmtes problem löst und ich habe gerade gesagt dass es wichtig ist dass alle leute in ihrem team diese gemeinsame oder diese fragen die wir uns jetzt stellen auf die gleiche art und weise beantworten und das ist glaube ich auch extrem wichtig wenn man software zusammen entwickelt dass man tatsächlich auch indem man sich diese fragen gemeinsam stellt und gemeinsam antworten für diese initialen fragen entwickelt darauf hinarbeitet dass eine gemeinsame ziel vorstellung existiert sie müssen ja vielleicht parallel arbeiten manche leute arbeiten an der einen stelle der app manche an der anderen und wenn da ihre grundsätzlichen vorstellungen schon auseinander gehen dann wird das sicherlich nicht so zielführend sein also diese ersten fragen was soll unsere app eigentlich tun können für wen ist die gedacht versuchen zu beantworten und versuchen dafür zu sorgen dass alle leute in ihrem team eine ähnliche vorstellung haben gibt es dann auch irgendwelche großartigen begriffe dafür wie man sowas vielleicht benennen könnte diese vorstellung von so einer gemeinsamen zielidee dieses diese gemeinsame perspektive auf so eine anwendung gerade zum agilen bereich spricht man häufig von der systemmetapher das ist so die idee dass jeder irgendwie beschreiben kann schon bevor es die software gibt ja was sie eigentlich tun können soll weil man irgendwie so eine ideal vorstellung oder vielleicht besser gesagt eine eine gemeinsame beschreibung was diese app tun soll sich am anfang überlegt hat und die entwickelt hat also was soll unsere app tun können was soll unsere app machen für wen soll die das machen sollte immer die erste frage sein und wenn sie wissen was ihre app tun können soll also welche funktionalitäten die bereitstellen soll dann können sie sich überlegen wie soll die denn ausschauen weil das wichtigste an einer app ist tatsächlich das user interface wenn sie so wollen weil das user interface ist die verbindung zwischen dem nutzer und der nutzerinnen und ihnen letztendlich über den proxy ihrer app weil sie hier sicherstellen dass diese funktionalität diese bereitstellen möchten diesen mehrwert den sie generieren möchten dass der tatsächlich auch nutzbar ist wenn ihre app nicht funktioniert weil das user interface nicht verwendbar ist dann können nutzer nutzerinnen die ziele die möglicherweise haben gar nicht erreichen und deshalb sollten sich relativ viele gedanken darüber machen wie ihre app aussehen soll in anführungsstrichen das steckt natürlich viel sind wesentlich mehr hinter als wir jetzt hier tun können da gibt es ganze kurse darüber user interface design gerade hier in regensburg wir richten hier den kurs aus regensburg aus haben wir in der medieninformatik und angrenzend in der informationswissenschaften auch historisch eine sehr starke beziehung zu sowas wie usability engineering also diesem bewussten ingenieurhaften streben danach gebrauchstaugliche software zu erstellen und auch wenn ich das hier so lapidar mit aussehen beschrieben habe steckt das natürlich dahinter geht es nicht nur darum welche farben soll ihre app haben auch darum geht es aber da geht es vor allem darum wie gestalten sie die schnittstelle zwischen ihren nutzern und nutzerinnen und der funktionalität ihrer apps überlegen sich wie die nutzer nutzerinnen damit interagieren wann und zu welchem zustand zu welchem zeitpunkt sind bestimmte schaltflächen da was passiert wenn die nutzer und nutzerin mit diesem bereich der app interagieren was passiert wenn sie mit der anderen app mit dem anderen teilbereich interagieren was passiert in grenzfällen was passiert vielleicht wenn die nutzer nutzerin irgendwo nicht mehr weiterkommen wie können sie das verhindern wie können sie dafür sorgen dass dieser gedachte fahrt den sie irgendwie im hinterkopf haben in dem oder über den ihre app genutzt wird auch tatsächlich am gefunden und verfolgt werden kann also wir wissen was soll unsere app können was sind die ziele die wir mit diesem projekt haben und wir überlegen uns wie kann das ganze denn ausschauen und ausschauen umfasst jetzt so breit wie sie werden wollen also tief gehen wollen tatsächlich die gestaltung die bewusste gestaltung des user interfaces und user interface heißt bei uns das was ich sehe als nutzer oder nutzerin aber auch die art und weise wie ich mit der app interagiere und dann wissen wir zwei sachen dann wissen wir features unserer app und wie wir diese features darstellen und nutzbar machen möchten und da müssen wir uns überlegen wie können wir diese software umsetzen und wir haben bis jetzt noch keine zeile code geschrieben wir haben uns erstmal versucht gedanken darüber zu machen wie unsere app aufgebaut ist wir haben uns wir haben uns gedanken darüber gemacht in jetzt in unserem fall einem sehr vielleicht wenig stark methodisch definierten prozess welche features wir den nutzern und nutzerinnen bereitstellen möchten um diese ziele zu erreichen wir haben uns darauf geeinigt wie wir das ganze gestalten können und bevor wir jetzt anfangen das umzusetzen machen wir so einen ähnlichen prozess auch für die quellcode gestaltung denn irgendwie müssen wir jetzt von dieser idee die wir haben zu einer lauffähigen app kommen und wir wissen dass dieser diese komponente oder dieses artefakt was wir bauen irgendwie auch quellcode basieren muss das wissen wir eine app müssen wir zumindest so wie wir das hier implementiert haben immer irgendwie quellcode schreiben java oder kann ja auch irgendwie andere programmiersprachen dafür verwenden in unserem kurs ist es java und entstehen da am ende ganz ganz viele klassen mit ganz ganz vielen methoden mit variablen und so weiter und bevor wir jetzt nahtlos von stufe 2 wir wissen was wir wollen und wie es ausschauen soll zu ich schreibe quellcode kommen können wir hier auch versuchen planerisch vorzugehen wir wissen ja was es so für komponenten gibt aus denen eine java anwendung bestehen kann wir wissen dass klassen da eine rolle spielen wir wissen dass es bestimmte zuständigkeitsbereiche geben kann innerhalb einer software die man auf klassen aufteilen kann wir kennen einige hauptsächlich ein muster mit denen wir klassen miteinander verbinden können denken sie an sowas wie zum beispiel das observer pattern wir kennen java technologien oder java bestandteile wie interfaces mit denen wir dann solche dinge umsetzen können auf der untersten ebene und aus diesem ganzen wissen können wir uns genau wie wir eine skizze für das user interface gemacht haben auch eine skizze für den quellcode machen wir überlegen uns grob was gibt es denn wir bereiche innerhalb unserer anwendung wie können wir die funktionalität die wir jetzt auch im user interface schon verortet haben auch im quellcode verorten welche technologien die uns android vielleicht zur verfügung stellt können wir denn verwenden also welche plattformen welche apis welche externen apis brauchen wir vielleicht und wie können wir das ganze miteinander in verbindung bringen und das hört dann vielleicht auf dem level auf wo sie so grob sagen können dieser bereich meine anwendung besteht aus den klassen ich kommuniziere zwischen diesen bereichen vielleicht direkt über methoden aufrufe oder vielleicht indirekt über listener und ich habe vielleicht die wesentlichen daten oder inhalte meiner anwendung auch durch entsprechende strukturen oder klassen abgebildet und dann können sie so langsam übergehen zu der implementierung nochmal das ist hier eine sehr sehr verkürzte variante die auch nur dann funktioniert wenn man auch kleinere anwendungen oder sowas hat aber dann können sie anfangen das ganze umzusetzen wenn sie so eine vorstellung davon haben wie ihre anwendung sich auf code ebene abspielen könnte wie sie die strukturieren könnte erst dann sollten sie tatsächlich damit beginnen den quellcode zu schreiben vor allem klammer auf auch wenn das dann in übung noch mal kommt weil sie wenn sie so eine gemeinsame vorstellung auch vom aufbau ihrer anwendung haben vom software design spricht man dann auch dann können sie auch aufgaben relativ gut aufteilen weiß jeder ungefähr auf was für eine zielvorstellung man auch hinsichtlich der code struktur hinarbeitet und kann dann ohne ständig irgendwie sich fragen zu müssen ob man jetzt wenn man zum beispiel eine neue klasse anlegt und bestimmte methodik für die verbindung von zwei komponenten verwendet das dann immer noch so macht wie auch die restroom team das gut findet arbeiten sondern weiß vielleicht dass für den bereich für den ich jetzt zuständig bin man schon so gemeinsam eine grobe richtung vorgegeben hat also das sind diese drei wesentlichen schritte ziele markieren oder aufschreiben user interface vielleicht grob skizzieren und dann versuchen aus diesem ganzen wissen eine erste vorstellung von quellcode zu machen vielleicht kurze frage in den chat rein klingt das für sie bis jetzt noch plausibel ja nein und sagen sie das erstmal also sind wir dann auch auf einer ebene sehr gut haben sie schon mal zumindest in ansätzen so gearbeitet also vielleicht noch mal die frage zurück also eine frage zurück haben sie eigentlich schon mal in irgendeinem anderen kurs so ein software projekt so wie das was jetzt hier in diesem kurs ansteht gemacht also haben sie schon mal als prüfungsleistung es muss jetzt keine android app sein aber selber ein stück software vielleicht unter vorgaben planen und dann umsetzen müssen ok also da haben die meisten leute das noch nicht gemacht schreibt jemand ja ok 50 50 im moment haben sie wenn sie schon mal mit einer relativ freien aufgabenstellung sowas machen müssten dann sich bewusst solche fragen wie die die ich jetzt gerade eben versucht habe zu skizzieren auch gestellt also diejenigen von ihnen die schon mal so ein software projekt gemacht haben haben sie versucht sich so schrittweise über vielleicht erstmal das verfassen von einer liste von features dann vielleicht das ausarbeiten iterativ meinetwegen sogar eines user interfaces und dann der planung des qa codes an diese aufgabe herangetastet oder sind sie da vielleicht eher ein bisschen direkter auf die aufgabe quellcode zu gestalten und zu schreiben hingegangen schreiben sie vielleicht auch mal ja nein in den chat rein ob sie bei zurückliegenden projekten auch so ein bisschen versucht haben planhaft ja unterbewusst chaotisch ok also wir können hier in dem kurs glaube ich nicht alles irgendwie unterbringen was man in so einem klassischen software engineering kurs hat und das möchte ich auch gar nicht es ist ja für viele leute tatsächlich das erste software projekt da geht es auch mal vielleicht darum dass man erstmal sieht was eigentlich die probleme sind damit man dann dann in folgenden kursen vielleicht auch intensiver an lösungen arbeiten kann aber was sie irgendwie auf jeden fall mitnehmen sollten und auch jetzt auch schon in ihrem ersten projekt ganz bewusst versuchen sollten zu verfolgen ist dieses planhafte vorgehen also überlegen sie sich jeder plan ist besser als kein plan alles was sie sich im vorfeld überlegen und gemeinsam ausarbeiten hilft ihnen dabei weniger fehler bei der umsetzung zu machen und erleichtert ihnen auch dann tatsächlich das implementieren je mehr sie über das problem das sie lösen wollen wissen und je mehr sie sich irgendwie so eine schablone für die lösung zurecht gelegt haben desto leichter tun sie sich am ende versuchen wir das jetzt mal für unsere ganz einfache soundboard app zu planen oder vielleicht so in ansätzen so ein bisschen zu schauen was man da machen kann ich werde ihnen einfach mal ein bisschen zeigen was ich mir da so überlegen würde und ich zeige ihnen noch mal ganz kurz was was wir irgendwie vorhaben ich möchte irgendwie eine app bauen die spielt sounds ab das klingt jetzt relativ banal ist es auch und so soll die wahrscheinlich am ende auch nicht ausschauen aber das ist irgendwie so die idee nutzer und nutzerinnen können in der app sounds auswählen und abspielen das ist irgendwie eine super schlechte beschreibung und wenn man nicht mehr kontext hat kann man glaube ich auch nicht irgendwie damit arbeiten also das jetzt irgendwie umzusetzen ohne weitere informationen wäre wahrscheinlich blöd ist das ungefähr das was wir in der prüfung auch machen müssen bei den letzten zwei aufgaben meinen sie in der klausur also in der in dieser probe klausur in der es dann auch bei den aufgaben so in der es eine aufgabe gibt in der es ums plan geht ja genau also vielleicht nicht genau auf die art und weise wie wir das jetzt machen also hier ist es ein bisschen praktischer aber in der prüfung sollen sie auch zeigen dass sie grundsätzlich in der lage sind sich so ein paar gedanken zu machen ich habe ja schon gesagt das ist kein software engineering kurs das heißt da müssen sie nicht irgendwie riesige projektpläne und irgendwie krasse klassenhierarchien ausarbeiten aber genau das was wir jetzt hier so ein bisschen machen sollen sie da auch zeigen einfach ein bisschen mehr nachdenken vor dem programmieren es gibt ein ganz schönes buch was den titel hat weniger schlecht programmieren das finde ich super und vielleicht ist das das was irgendwie über diesem kurs stehen soll sie können alle programmieren und sie sollen weniger schlecht programmieren indem sie sich mehr gedanken machen gut programmieren weiß ich nicht ob wir das irgendwie hinkriegen also ich würde auch nicht sagen dass ich gut programmiere oder perfekt programmiere aber ich versuche immer weniger schlecht zu programmieren und das klappt ganz gut wenn man sich viele gedanken macht und das ist glaube ich das beste ja clean code ist glaube ich noch mal eine stufe drüber aber dieses also was ich immer ganz nett finde ist diese perspektive ich möchte einfach weniger schlecht programmieren es gibt auch in clean code oder clean coder so ein paar ansätze wenn sie jetzt irgendwie an boy scout theorie denken oder herangehen denken ich schaue mir meinen code jedes mal wenn ich den anschaue mit den augen an oder mit der perspektive an dass ich irgendeine kleinigkeit verbessere so damit der sukzessive besser wird aber gerade so wenn man am anfang vom studium ist und das ist vielleicht der zweite oder dritte programmierkurs ist finde ich einfach diese idee weniger schlecht programmieren ganz nett also messen sie vielleicht den erfolg von ihnen selber nach diesem kurs auch einfach an dem was sie gewusst und gekannt haben bevor sie in diesen kurs gegangen sind und schauen sie sich dann an mit was für ideen und vorstellungen sie aus dem kurs rausgehen das muss dann nicht immer für alle leute das gleiche sein aber solange es besser ist als vorher haben sie die kursziele da eigentlich erreicht ganz ganz lange antwort auf die frage ja das was wir jetzt hier machen ist so ein bisschen auch in der klausur in der klausur müssen sie es aber weniger umfangreich machen okay zurück zu unserer sound machine damit kann ich jetzt wenig anfangen und ich kann auch wenig mehr irgendwie an features oder sowas überlegen wenn ich jetzt nur das höre aber diese idee kommt nicht irgendwie aus dem nichts sondern ich weiß oder ich habe mir überlegt dass ich gerne so ein digitales soundboard hätte weil ich weiß dass es physikalische gibt und ich versuche mit dieser app was nachzubauen was in der art und weise wie da diese funktionalität bereitgestellt wird und wie die nutzer und nutzerinnen interagieren mit diesen physikalischen soundboards oder sound machines vielleicht kennt der ein oder andere das ja das war zumindest vor einigen jahren glaube ich irgendwie so ein ding das ist das für alle möglichen ereignisse oder irgendwelche weiß ich nicht themen oder touristische ziele gab dass man überall diese dinger kaufen konnte und die haben halt irgendwelche geräusche gemacht wenn man drauf gedrückt hat ist ein relativ simples Prinzip das ziel davon ist wahrscheinlich auch einfach nur unterhaltung vielleicht kann man irgendwie das noch ein bisschen spezifizieren nutzer und nutzerinnen wollen irgendwie einzelne sounds abspielen weil sie das irgendwie toll finden und weil sie vielleicht in bestimmten situationen kontextbedingt irgendwas lustiges machen möchten das ist irgendwie so vielleicht die ganz grobe zusammenfassung von dem was wir hier vorhaben ich habe diese bilder drin weil wenn ich eine app umsetze die in irgendeiner art und weise ein bestehendes konzept umsetzt oder verändert oder auf dem aufbaut wie jetzt hier zum beispiel diese idee dass es diese physikalischen sound machines gibt und ich genau sowas auch vielleicht in meiner anwendung umsetzen möchte dann kann ich mich daran orientieren also deshalb nur hier an diesem ganz konkreten beispiel der verweis auf diese ganzen geräte die es tatsächlich gibt weil wenn es das gibt dann können wir uns ja anschauen wie funktionieren die was machen die funktionieren die gut funktionieren die schlecht und wir können uns wenn wir uns jetzt die wichtige frage stellen wie könnte unsere app denn ganz konkret aussehen und bedient werden an diesen dingen orientieren also wir müssen uns jetzt irgendwie wenn wir jetzt in unserem fall wirklich sehr banal geklärt haben unsere app soll sounds abspielen das ist vielleicht noch nicht so ganz toll und zielgruppe sind leute die gerne irgendwie witzig sind und in irgendwelchen situationen dann die passenden akustischen untermalungen abspielen dann wenn wir das geklärt haben und das jetzt so unser konsens ist nochmal machen das jetzt hier nicht in dem umfang wie sie das in ihren eigenen projekten machen sollten sondern das ist alles nur so mittel um zweck aber wenn wir das irgendwie geklärt haben dann können wir uns jetzt überlegen wie schaut das ganze denn aus und wenn sie sich diesen gedanken machen wie schaut meine app denn aus und wie wie funktioniert die dann gibt es ein werkzeug was besser ist als jedes andere werkzeug wenn sie sich gedanken über das aussehen von irgendwie einem software artefakt vom user interface machen wollen irgendjemand eine idee worauf ich hinaus möchte was ist irgendwie wenn sie sich überlegen wollen wie schaut mein user interface aus das beste werkzeug was ihnen einfällt um alleine oder im team darüber nachzudenken und zu planen wie ganz konkret so eine oberfläche gestaltet werden könnte irgendeine idee schreiben sie mal was in chat rein wenn ihnen was einfällt vielleicht hat ja auch jemand von ihnen schon mal ähm so ein user interface irgendwie planen könnte grid view aus buttons ja da sind sie jetzt schon also sie sind jetzt glaube ich schon mittendrin im implementieren ähm lösen sie das ganze mal von diesem ganz konkreten problem was ist jetzt wenn sie sich vorstellen wir sitzen jetzt alle ähm jetzt vielleicht nicht weil im Moment geht es noch nicht aber nächstes Jahr ähm wäre das alles wieder in präsenz und wir sitzen jetzt am campus ähm das ist irgendwie die klausuren sind geschrieben wir müssen unser projekt planen und ähm wir hocken zu dritt irgendwo am campus am pt und wir würden jetzt gerne uns überlegen wie wollen wir unsere app gestalten wie wollen wir unser user interface gestalten wie soll das ausschauen was würden sie vorschlagen was wir irgendwie nicht für die umsetzung sondern für diese planung als werkzeug benutzen und vielleicht ist es so simpel dass das jetzt irgendwie eine eine herleitung ist die wie stift und papier sehr schön äh stift und papier ist das beste was sie dafür benutzen können ähm sie können dann wenn sie erste ideen haben die gut funktionieren ähm das ganze gerne irgendwie auch digitalisieren es gibt ganz ganz viele äh software die ihnen gerade so das sketching oder das planen von user interfaces ähm ganz stark erleichtert auch was so das planen von interaktion angeht ähm können wir auch gerne nochmal im kurs ein bisschen was posten an links aber stift und papier ist das aller allerbeste wenn sie ähm irgendwie versuchen ein user interface zu planen weil das einfach super geduldig im wahrsten sinne des wortes ist sie können ganz ganz schnell iterieren also sie haben am ende irgendwas auf einem stück papier gemalt und können das sogar rumreichen also sie können ideen teilen und ähm ich würde jedem von ihnen raten das jetzt im rahmen von diesem kurs auch mal zu machen das ist was was man vielleicht ein bisschen trainieren muss ich schau mal wie ich jetzt heute damit zurechtkomme ich habe auch schon lange nicht mehr so gesketcht aber ähm wenn man da mal so reinkommt in dieses ich zeichne einfach meine ideen auf ich bespreche die dann und ich iteriere dann vielleicht auch ein bisschen ähm über gute ideen indem ich einfach die nochmal in einer leicht veränderten art und weise aufzeichne ähm dann werden sie schnell sehr schnell feststellen dass sie sehr schnell viele gute ideen generieren und schnell auch auf so einen gemeinsamen nenner kommen ähm ich habe jetzt kein papier und bleistift ähm vorbereitet ähm hätte ich eigentlich machen können aber ich würde jetzt einfach trotzdem mal das whiteboard das digitale benutzen und ähm einfach mal mit ihnen ein bisschen planen wie könnte denn unsere app ähm tatsächlich ausschauen und das soll jetzt nicht diesen gesamten prozess durchspielen sondern das ist jetzt wirklich nur ähm ein Beispiel dafür dass man sich einfach hinhockt und eine app malt so blöd das klingt aber ähm dieses visualisieren von irgendwie ähm Ideen ähm vielen Ideen gegensätzlichen Ideen das äh ist ein guter erster Schritt und aus dem was dann am Ende da rauskommt als Skizze könnten wir vielleicht und ist jetzt auch kein Spoiler wenn ich das vielleicht verrate würde sicherlich am Ende sowas wie ein Grid View oder so dann auch ableiten daraus weil dann sehen wir ähm wie ist mein User Interface denn gestaltet und mit dem Wissen was ich über zum Beispiel Android äh User Interface Komponenten habe kann ich dann sicherlich sehr leicht ableiten wie das Ganze am Ende ausschauen soll aber jetzt fangen wir erstmal an und ähm ähm gerade wenn sie so User Interface ähm ähm Dinge für äh Computer oder für mobile Geräte planen dann gibt es eine ganz naheliegende erste Sache die sie machen sollten ähm vielleicht auch wieder ein bisschen zu ähm zu banal um das jetzt als Frage zu stellen aber ich mache es trotzdem mal was ist irgendwie das Erste was sie machen sollten wenn sie jetzt für so einen Smartphone äh versuchen ein ein Teil des User Interfaces ihrer Anwendung zu skizzieren irgendeine Idee also vielleicht ist es wirklich ein bisschen zu banal entscheiden welche Ausrichtung es geht schon äh im wahrsten Sinne des Wortes in die richtige Richtung aber vielleicht nochmal eine Stufe abstrakter wenn es jetzt wirklich ums Zeichnen geht hm ein Bildschirm zeichnen die Grenzen des Canvas bestimmen genau sowas also keine Ahnung ob das jetzt zu banal ist aber ähm ich glaube genau das ist irgendwie so eine gute erste Sache zeichnen sie sich doch einfach mal so eine grobe Struktur für ein Smartphone auf also Sie sehen ich kann es hier nicht so super toll auf dem Whiteboard zeichnen einen Augenblick mal ein bisschen besser wenn ich das Tablet auf den Tisch lege so vielleicht ähm aber wenn sie sich einfach mal ähm tatsächlich so eine Schablone äh aufmalen dann haben sie ihre Perspektive auf dieses UI schon mal auf das beschränkt was später auch ihnen zur Verfügung steht das können sie dann natürlich ähm auch wenn sie das wollen irgendwie in so eine äh Landscape Variante umbauen wir bleiben jetzt einfach mal bei dem ähm ähm Square äh bei dem Rechteck für äh die Portrait äh Darstellung und versuchen da jetzt einfach mal in diesem schon durch diesen diese Schablone reduzierten Bereich unser User Interface zu planen Bildschirmschablonen äh ist ein super Hinweis ähm ich frage jetzt mal meinen sie äh äh vielleicht sogar äh tatsächlich das was ich meine denn ähm es gibt da wenn sie auf dem Papier arbeiten möchten tatsächlich so Vordrucke äh mit denen sie sich ganz viele Smartphones in Anführungsstrichen ausschneiden können und dann darin ihr User Interface äh planen können also es gibt dann können sie im Internet können sie googeln im www ähm und dann finden sie tatsächlich so richtige Schablonen für das Sketching von äh mobilen Geräten ja haben sie das da tatsächlich im Hinterkopf gehabt und vielleicht sogar schon mal verwendet äh Tiger Strike hat das ja gerade im Chat empfohlen genau können wir vielleicht auch in den Discord äh später nochmal rein posten ähm das ist eine ganz tolle Idee ähm weil man da dann auch ganz viele Dinge nebeneinander malen kann ähm immer in diesen in der gleichen Größe auch durch die Schablone vorgegeben dann gibt es meistens in solchen Schablonen auch die Möglichkeit dass man ähm zum Beispiel irgendwo markiert ähm die wievielte Version das ist und vielleicht schreibt man irgendwo dann an immer die gleiche Stelle auch hin um was es geht es geht vielleicht um die ähm ähm Main Activity oder so also ich habe jetzt keinen besseren Namen wahrscheinlich sollte man da noch nicht von Activity sprechen ähm vielleicht nennen wir es einfach ähm Hauptbild Schirm also irgendwie beschreiben was man jetzt eigentlich machen möchte und ähm bei diesen Vorlagen sind dann solche Sachen ganz häufig da schon drin ähm was wir auch noch machen können was in diesen Schablonen häufig äh vorgegeben ist ist ähm so ein bisschen was einzeichen was zum äh äh jeweiligen User Interface der Plattform gehört bei Android ist ja immer meistens äh diese Statusleiste oben steht dann weiß ich gar nicht wo irgendwas übers WLAN und äh vielleicht irgendwie eine Uhrzeit oder so gar nicht so wichtig vielleicht gibt es unten die ähm die Buttons für ähm Hauptbildschirm ähm ich muss ich gebe einen Android Kurs und ich weiß nicht auswendig wie die Softkeys in Android ausschauen ähm so müsste es ungefähr ausschauen äh peinlich peinlich aber irgendwie sich so ein bisschen ähm und wir lassen es jetzt mal bei dieser Darstellung diese diese Vorlage schaffen selber dafür wie am Ende ähm der Kontext für dieses ganz konkrete Stück meines User Interfaces ausschaut das ist ähm gar nicht so unwichtig und wie gesagt solche Schablonen die helfen Ihnen dabei indem das alles vorgegeben ist okay jetzt ähm wollen wir unseren Hauptbildschirm planen und äh wir wollen ein Soundboard machen also ich überlege jetzt einfach mal laut ähm ich würde wahrscheinlich gerne ähm den Nutzern und Nutzerinnen am im größten Teil meines User Interfaces äh die Möglichkeit geben diese Sounds abzuspielen und ich würde gerne ganz viele Sounds ähm in meiner Anwendung anbieten und wahrscheinlich möchte ich da irgendwie ähm Schaltflächen Buttons oder sowas haben mit denen man äh dieses Abspielen der Sounds triggern kann und wenn ich ganz viele gleiche ähm Schaltflächen habe die ähm alle was ähnliches auslösen das wurde gerade im Chat schon vorgeschlagen dann ist wahrscheinlich irgendwie so ein Grid oder so eine Matrix Darstellung nicht verkehrt also das sollte wahrscheinlich ähm bei diesem Soundboard jetzt irgendwie so die äh zentrale Idee sein dass wir einen Grid aus Buttons haben vielleicht brauchen wir noch ein bisschen was anderes ähm wie wäre es vielleicht dass wir zum Beispiel so eine Art Titel oder sowas in der App ergänzen also vielleicht wollen wir oben ganz am oberen Bildschirmrand hinschreiben was wir für eine tolle App haben ähm das ist unsere Sound Machine und vielleicht schreiben wir noch ähm irgendwo rein wie man diese App zu nutzen hat ähm ganz am Anfang wenn man sketcht ähm ist es vielleicht auch noch in Ordnung wenn man noch nicht so hundertprozentig weiß was da stehen kann dass man einfach erstmal so Blöcke hat ähm damit man grob sein User Interface äh planen kann und dann sagt man vielleicht da oben kommt der Titel hin da drunter kommt dann vielleicht irgendwie so eine Beschreibung und der Rest von meinem User Interface den benehme äh den benutze ich für dieses eigentliche Grid mit den Buttons und auch das kann man ähm vielleicht einfach erstmal drauf los äh planen vielleicht habe ich einfach irgendwelche äh Buttons die da drin sind und die zeichne ich mir jetzt erstmal ein und wenn man dann ähm mal so einen ersten Entwurf hat dann ähm fallen einem vielleicht irgendwelche Dinge ein die man besser machen kann und dann kann man gerade wenn man das mit ähm Papier macht also analog einfach eine zweite Variante erstellen also wenn ich jetzt hier zum Beispiel merke ähm ähm okay ähm irgendwelche viereckigen Buttons die sind irgendwie schön und gut aber so ganz hilft das vielleicht äh nicht Kategorien mit Tabs zum Beispiel also vielleicht wollen wir ähm unterschiedliche Soundboards anbieten jetzt sind wir schon dabei die grundsätzliche Idee vielleicht irgendwie zu erweitern also Nachteil in Anführungsstrichen von diesen physikalischen Sound Machines ist wir haben ja immer nur ähm eine ähm eine Sammlung von Sounds da müssen wir uns ja bei einer digitalen Variante gar nicht irgendwie drauf beschränken wir äh können ja beliebig viele unterschiedliche Sets an Sounds zum Beispiel anbieten dann könnte ich sagen ähm ich mach's jetzt mal in einer Skizze damit ich nicht die nächste aufmachen muss ähm wir wollen vielleicht genau das in unser User Interface mit aufnehmen ähm wir wollen so eine Art Kategorisierung haben ich zeichne nochmal mein ähm grundlegendes Layout auf und jetzt kam schon sowas wie Tabs ähm vielleicht gibt's noch andere Möglichkeiten jetzt sind wir an der Stelle wo wir ähm eine Vorstellung von einem Konzept haben wir wollen in unserem User Interface irgendwie unterschiedliche Bereiche oder Layers oder sowas einbauen und wir ähm können jetzt anfangen uns zu überlegen was gibt's denn für Möglichkeiten in Android äh sowas umzusetzen Tabs ähm war ähm war war eine äh Idee sonst noch irgendwas was jemandem einfällt was man benutzen könnte also ich hab irgendwie eine Android App und die ist grob in unterschiedliche Bereiche eingelebt Fragments ähm wäre vielleicht was Technisches ähm vielleicht ist das auch mit Tabs gemeint und ich hab's jetzt noch nicht richtig verstanden ähm wir könnten ja theoretisch diese Bottom Navigation Bar benutzen also wir überlegen uns 1, 2, 3, 4, 5 das ist glaube ich die maximale Anzahl die man da haben kann und dann haben wir ähm ich markiere es jetzt nun mal 5 Kategorien für äh unsere Sounds und dann kann ich eins auswählen und dann sehe ich vielleicht ein neues Soundboard äh mit den Sounds dieser Kategorie wenn ich das machen möchte ähm dann ist zum Beispiel so eine Bottom Navigation vielleicht eine ganz gute Wahl ähm ähm da muss man dann natürlich auch vielleicht jetzt schon beim Design ein bisschen überlegen und da wäre es super wenn wir unsere Features unserer Anwendung die Anforderungen besser skizziert hätten ähm was ist denn das für eine Menge von von Kategorien an die wir gerade denken also wenn ich weiß meine Sound App die hat vielleicht irgendwie vier äh Kategorien irgendwie sowas wie Sci-Fi, äh Horror ähm bayerische Sounds und auch wenn es jetzt vorbei ist vielleicht sowas wie Fußball ähm also irgendwie eine sehr kleine Anzahl an an Kategorien dann kann ich mein Wissen über Android äh und über die Guidelines ähm benutzen dann weiß ich Bottom Navigation kommt super in Frage weil ich habe mehrere große gleiche Bereiche meiner Anwendung zwischen denen ich hin und her schalten möchte und ich habe nicht mehr als 5 ich bin mir selber nicht hundertprozentig sicher ob es 5 oder 7 sind aber Android ähm schlägt oder bestimmt eigentlich in den äh Design Guidelines in diesen Material Design Guidelines ähm die wir glaube ich am Rand bis jetzt nur angesprochen haben wie viele Items so eine ähm ähm Bottom Navigation haben darf äh wie viele Elemente da äh drin sein sollten damit das noch Sinn ergibt und wenn das irgendwie mit dem was wir als Konzept für unsere Anwendung übereinstimmen äh über haben übereinstimmt dann könnten wir sowas benutzen wenn wir jetzt sagen ähm ich möchte gleich irgendwie die ähm die App so planen dass ich da beliebige Anzahl an eine beliebige Anzahl an Boards vielleicht unterstützen möchte vielleicht denken sie schon an irgendwie die Kommerzialisierung und sie möchten irgendwie ähm in App Purchase anbieten so dass ich mir tausende von diesen Boards immer für 99 Cent oder so dazukaufen kann da müssen wir uns vielleicht irgendwie was anderes überlegen vielleicht dann haben irgendwie ein Hauptmenü vielleicht eine Auswahlliste vielleicht tatsächlich irgendwie so einen App Drawer der an der Seite aufgeht und der ihnen nochmal die Navigation ähm durch die unterschiedlichen Boards ermöglicht also das ähm ist so ein Punkt wo das Wissen über die Funktionalität oder die Features der App ähm auch so ein bisschen ähm das bedingen was wir uns jetzt hier vielleicht bei dem Design überlegen können aber gehen wir mal davon aus dass wir ähm maximal diese Kategorien haben und dann könnte irgendwie so eine Bottom Navigation eine ganz gute Idee sein okay ähm dann wurden gerade die Buttons angesprochen auch über die kann man sich vielleicht ein paar Gedanken machen wie soll das eigentlich ausschauen und wenn wir mit Papier arbeiten oder jetzt auch mit diesem digitalen Whiteboard dann sind wir nicht an irgendwelche Strukturen gebunden sondern man kann sich ganz ganz viele Gedanken auch außerhalb von ähm dieser Vorlage machen also ich kann zum Beispiel sagen okay ich weiß meine App soll am Ende von der Struktur her ungefähr so ausschauen aber was das hier ist das kann ich ja einfach in einer weiteren Skizze planen also ich überlege mir jetzt wie soll denn so ein einzelner Button ausschauen ähm der könnte vielleicht wirklich einfach nur ein Quadrat sein dann wäre ich fertig aber so ein Quadrat an sich ohne weitere Gestaltung und Information ist vielleicht ein bisschen blöd ähm vielleicht wollen wir den Nutzern und Nutzerinnen sagen was ist denn das eigentlich für ein Sound also ich möchte ja nicht irgendwie wenn ich da zwölf Buttons sehe und dann möchte ich den besten Witz meines Lebens machen und ich brauche dafür irgendwie einen Trommelwirbel äh zwölf Sounds ausprobieren bis ich dann den richtigen gefunden habe das ist dann nicht mehr witzig äh unsere App erfüllt ihren Ziel nicht mehr keiner gibt uns Geld dafür ähm das heißt irgendwie diese diese Information was ist denn das gerade für ein Sound der hinter diesem Button liegt ähm den müssen wir vielleicht irgendwie im User Interface mit vermitteln ähm ähm irgendeine Idee wie wir das machen könnten also wir wollen jetzt irgendwie bei diesem Button nicht nur die Schaltfläche haben um den den Sound auszulösen sondern wir wollen diese Informationen mit verkörpern äh Icons wäre zum Beispiel eine Möglichkeit also wenn das jetzt hier und jetzt hört es wahrscheinlich auf mit meinen äh Künsten aber ich versuche es mal Trommelwirbel äh vielleicht sowas irgendwie so äh Text vielleicht noch äh Drums oder so äh darunter schreiben Trommelwirbel ähm vielleicht und dann dann haben wir in diesem Icon ähm gleich die äh die Information die wir brauchen und daraus ergibt sich dann dass in unserem Grid ähm ich kann das jetzt hier vielleicht einfach mal schnell rauslöschen ähm ähm das in unserem Grid das Ganze gleich wieder ein bisschen anders ausschaut weil wenn ich jetzt sage Icon und Text ist vielleicht ähm die die richtige äh Wahl dafür da müssen wir noch die Entscheidung treffen ähm wo wir das reinpacken ähm ich würde es jetzt vielleicht ich lasse es mal da drunter ähm auch wenn es vielleicht in dem Icon an sich sogar schöner ausschaut ähm weil es dann ein bisschen näher an dem ist was ich so geplant habe und dann haben wir ein bisschen weniger Transferleistung aber genau das was wir jetzt im Einzelnen geplant haben können wir vielleicht wieder übertragen auf unser Grid und dann schaut nämlich unser Grid ähm nicht mehr einfach nur so aus sondern dann habe ich so ein Icon in jedem und einen Text und dann kann ich wenn ich jetzt erstmal grob plane äh vielleicht einfach nur ähm ähm skizzieren dass da irgendwas drin ist für die finale Variante von meinem Sketch für das User Interface sollte ich mir dann die Zeit nehmen und das vielleicht wirklich ein bisschen sauberer planen aber das hier ich mache das mal ganz kurz fertig auch vielleicht als Beispiel dafür was so ein User Interface Sketch oder so ein Design alles machen kann das kann wie jetzt zum Beispiel hier ähm sehr detailliert Auskunft darum geben wie ein ganz konkretes User Interface Element ausschauen soll es kann wenn man zum Beispiel das Wissen über Standard Elemente hat äh vorgeben wie äh so ein Screen funktional aufgebaut ist mit diesem ähm mit dieser Bottom Navigation oder es kann indem ich äh ganz bewusst keine fixen Icons verwende und auch den Text nur so andeute reine Strukturinformationen sein also in so einem UI Sketch steckt eine ganze Menge hier sehe ich irgendwie okay das scheint irgendwie so eine Grid Struktur zu sein in meinem User Interface und ähm das möchte ich auch genau damit irgendwie versuchen äh zu verkörpern und hier sehe ich äh ganz genau wie so ein Button ausschauen könnte okay ähm können nicht zu viel äh jetzt alles äh in diesem in diesem Sketch machen das war jetzt vielleicht nur so ein ganz kleiner Anfang in wie könnte so ein User Interface ausschauen ähm das können Sie wenn Sie Ihre eigene App planen beliebig weit fortführen also sollten Sie auch ähm Sie sollten das ähm also nehmen Sie sich mindestens irgendwie einen halben Tag Zeit machen Sie ganz viele Sketches besprechen Sie diese Sketches im Team ähm machen Sie es vielleicht so dass Sie sich grob am Anfang überlegen ähm was für Bereiche hat meine Anwendung jetzt in unserem Fall gibt es nur diesen Hauptbildschirm bei Ihnen gibt es vielleicht mehrere Bildschirme und arbeiten Sie dann iterativ für jeden Bildschirm äh die richtige oder die bestmögliche Idee innerhalb Ihres Teams aus diskutieren Sie immer Lösungen sagen Sie sich vielleicht gegenseitig was Sie gut und schlecht finden ähm ganz häufig macht man so dass man dann das Team zusammensetzt ähm jeder macht irgendwie einen Vorschlag für den Hauptbildschirm ähm man wählt die Idee aus die innerhalb des Teams am besten angenommen wird und dann versuchen alle ausgehend von diesem einen Vorschlag noch einen besseren Vorschlag zu machen indem jeder irgendwie versucht eine bessere Variante ähm ähm dieses ähm ähm gemeinsam als gut empfundenen Vorschlags umzusetzen also das so als kleiner Hinweis wie das funktionieren kann Ich möchte Ihnen aber noch eine Sache zeigen die man auch schon im User Interface ablesen kann und das ist jetzt die Vorstellung ähm davon wie die Nutzer und Nutzerin damit interagieren und jetzt wissen wir haben irgendwie diese Grid Darstellung für unsere Buttons dann stellt sich die Frage ähm was macht der Nutzer oder die Nutzerin damit also ich zeige den Leuten die meine App nutzen dieses Grid an Buttons und was erwarte ich dann Wenn Sie mal grob vielleicht in zwei oder drei Wörtern zusammenfassen würden wie jetzt aus der Sicht der Nutzer und Nutzerin die Interaktion mit dieser App abläuft ähm wie würden Sie das machen also was sind so die Schritte die äh Nutzer und Nutzerin mit unserem Soundboard durchführen Das ist auch der letzte Schritt für dieses äh Knopfdruck abspielen stoppen okay das ist auch der letzte Schritt von diesem User Interface Planning dann schauen wir ähm nochmal auf ähm das Software Design also wie wir das Ganze umsetzen können und ich befürchte es nicht sondern ich freue mich schon darauf dass wir wahrscheinlich die dann diese Woche auch vor Freitag nochmal eine Sitzung haben wo wir das Ganze umsetzen ähm das möchte ich auf jeden Fall noch machen ähm generell auch schon mal der Hinweis äh vielleicht finden wir auch ähm nach der Vorlesungszeit noch ein zwei Termine wo wir uns im Stream während Sie an Ihren Projekten arbeiten dann auch nochmal über solche allgemeinen Gedanken äh Sachen Gedanken machen können aber bevor wir zu diesem technischen Teil kommen dann vielleicht tatsächlich nochmal User Interface Design hier ähm ähm Knopfdruck abspielen und stoppen war jetzt der Vorschlag für diese Interaktion also ich glaube das das trifft es auch ganz gut für so viel mehr ist da ja nicht die Nutzer und Nutzerin sehen dieses Board und dann klicken sie irgendwo drauf und dann spielt der Sound ab Gibt es irgendwas ähm was wir wenn wir das jetzt mal so als Use Case annehmen also Nutzer und Nutzerin öffnen die App sehen ein Board ähm wir klammern jetzt mal aus dass man vielleicht auch solche Boards auswählen kann aber sie sehen ein Board mit ganz vielen Buttons und dann wollen sie einen Sound abspielen und machen das indem sie drauf drücken und dann spielt der Sound ab und vielleicht kann man nochmal drauf drücken und dann hört der Sound ab Gibt es irgendwas was in diesem Use Case drin ist ähm in diesem Ablauf was wir jetzt bei der Konzipierung von unserem User Interface Design so wie wir es jetzt gerade gemacht haben äh noch berücksichtigen sollten also gibt es irgendeine Stelle ähm die wir bei dem Planen wie unsere Anwendung ausschauen soll ähm gibt es da irgendeine Stelle auf die wir besonders achten sollten wenn wir uns jetzt darauf geeinigt haben dass dieses auswählen Knopf drücken abspielen stoppen ums nochmal drauf zu drücken die die Haupthandlung unserer Nutzer und Nutzerin ist gibt es da irgendwas was ihnen einfällt ähm irgendetwas was man vielleicht in diesem User Interface visualisieren könnte Druckanimation vielleicht oder für das Abspielen irgendwas mit Animationen Sonst noch irgendwelche Vorschläge Beschreibung der Funktion irgendwo unterbringen das ja auf jeden Fall keine schlechte Idee vielleicht schreibe ich irgendwie über oder unter das Board ähm drück auf den Knopf dann hörst du irgendwie tolle Sounds ähm kann man jetzt bei der App wahrscheinlich sehr reduzieren aber vielleicht wenn es um diese Kategorien oder so geht oder vielleicht gibt es ja noch extra Features dann ist das nicht schlecht worauf ich eigentlich hinaus möchte ist ähm das ist vielleicht so was wie unterschiedliche Zustände innerhalb dieser Anwendung gibt ähm die man durch unterschiedliche ähm User Interface Varianten auch dann je nachdem in was für einem Zustand die App gerade ist ähm das ist ähm visualisieren könnte ähm was meine ich mit Zuständen ähm machen wir mal eine neue Skizze ähm Moment geht nicht so ganz wir haben unsere App in unserer App gibt es unser Grid an Sounds das ist das was die Nutzer und Nutzerinnen sehen welches Menü Palette gerade aktiv ist ähm ich genau an solche Sachen denke ich gerade ich würde vielleicht nur ähm erstmal mit den Sounds anfangen weil auch die sind ja irgendwie aktiv das ist die Ausgangslage ich sehe irgendwie dieses Grid und dann wählen die Nutzer und Nutzerinnen einen bestimmten Sound aus und dann wird dieser Sound abgespielt und während diese dieser Sound abgespielt ist ist meine App vielleicht in einem zweiten Zustand nämlich der Zustand in dem gerade ein oder mehrere Sounds abgespielt wird und irgendwann Sound ist fertig ähm hat das Abspielen dieses Sounds ein Ende und dann bin ich wieder in dem ursprünglichen Zustand in dem ich äh einfach wieder das Grid mit teilen möglichen Sounds sehe aber es gibt irgendwie was dazwischen und vielleicht sollten wir das beim Design unseres User Interfaces beachten vielleicht sollten wir uns irgendwie überlegen ähm während ein Sound abgespielt wird möchte ich den Nutzern und Nutzerinnen vielleicht sagen welcher Sound gerade abgespielt wird indem ich zum Beispiel ähm das Icon irgendwie anders einfärbe oder indem ich vielleicht den ähm oder indem ich vielleicht den ähm genau kenntlich machen dass ein Sound läuft Button Farbe grün oder so ähm oder irgendeine andere Farbe ähm ich könnte mir auch überlegen dass ich vielleicht ähm wenn das jetzt mein Icon ist und dann habe ich hier ich versuche es nochmal ähm meinen einen wunderbaren Trommelwirbel dann ist das vielleicht ähm ein Idle State also so schaut das Icon aus wenn genau dieser Sound gerade nicht abgespielt wird und wenn der Sound abgespielt wird dann ändert sich das vielleicht zu irgendwie so einem Play Button wobei das wahrscheinlich die blödstmöglichste Darstellung ist wahrscheinlich wäre irgendwie so ein Stop Button wesentlich sinnvoller und das ist dann irgendwie der Play State also auch bei dieser ganz kleinen App ähm macht es vielleicht Sinn sich über solche Sachen Gedanken zu machen und dann äh ganz bewusst auch in die Konzipierung des User Interfaces ähm diese unterschiedlichen Zustände ähm mit aufzunehmen und auch hier wieder ist Papier super weil sie können jetzt einfach eine Reihe von States irgendwie ähm von diesen Buttons aufzeichnen sich gemeinsam überlegen die irgendwie benennen ähm und dann wissen sie auch was sie für User Interface Element äh äh tatsächlich bauen müssen ähm das heißt man würde dann hier vielleicht irgendwie an der Stelle wo man den eigentlichen Button äh geplant hat auch seine anderen Zustände äh einfach mal auflisten ähm und das alles ähm sollte am Ende dazu führen dass man und wir haben das jetzt sicherlich nicht umfangreich genug gemacht ähm um das selbst für unser kleines ähm Anwendungsbeispiel äh zu erreichen äh zu erreichen äh aber das sollte dazu führen dass man eine Vorstellung davon hat wie schaut die App aus aber auch wie funktioniert die App dadurch dass sie es einfach mal zeichnen und ich hab das versucht mit diesen States auch wenn mir das glaube ich jetzt nicht so toll gelückt ist ähm nochmal beispielhaft umzusetzen durch dieses Zeichnen durch dieses Überlegen wie das User Interface ausschaut auch durch dieses gedankliche Durchspielen ähm was passiert denn wenn jetzt dieser Screen angezeigt wird was machen die Nutzer und Nutzerinnen und wenn die Nutzer und Nutzerin was machen wie verändert sich denn dann mein Bildschirm ähm alle diese Dinge kann man im Rahmen von diesem Sketching klären und die geben mir ganz ganz viele wertvolle Informationen darüber ähm wie meine App tatsächlich äh am Ende auch aufgebaut sein muss auch technisch weil ich kann natürlich jetzt aus diesen Dingen wenn wir uns jetzt sagen würden wir entscheiden uns dafür das so umzusetzen nicht nur ableiten ähm wie mein User Interface aufgebaut ist also dass ich zum Beispiel sowas wie ein äh grid View vielleicht brauche also irgendwie ein Recycler View mit einem Grid Layout Adapter ähm dass ich vielleicht irgendwie so ein Button brauche der ähm ähm zwei States hat das sind alles Dinge die ich dann im XML umsetzen kann äh ich weiß auch dass ich ähm vielleicht diese States äh irgendwo in meinem Code unterbringen muss und ich weiß vielleicht dass ich in meinem Quellcode ähm wenn ich einen Sound habe ähm und den abspiele ähm ähm also Play den Moment wo dieser Sound beendet wird irgendwie abfangen muss weil ich möchte ja meinen Button wieder zurücksetzen wenn ähm dieser Sound abgespielt wird weil ich im User Interface festgestellt habe es gibt diese beiden States von meinem Button mein Button ich habe ganz viele Buttons in meiner Anwendung jeder Button ist verknüpft mit einem Sound ähm der Zustand dieses Sounds wird eigentlich durch den Button repräsentiert und ähm ich möchte zwei verschiedene Varianten in meiner App haben im User Interface nämlich einmal diesen Idle State und diesen Play State ähm und wenn ich das Ganze jetzt umsetze ähm bin ich gezwungen das bei der Konzipierung vom restlichen Teil meiner Software zu berücksichtigen ich muss jetzt irgendwie im Code dazu kommen äh dass ich diesen Zustand des Buttons hin und her schalten kann ähm wie ich das dann mache ähm wie das technisch gelöst ist ähm weiß ich nicht genau also das kann man sicherlich noch im Detail sich irgendwie ausarbeiten ähm ob das vielleicht einfach nur zwei verschiedene ähm Views sind zwei verschiedene Layout Dateien die dann umgeschaltet werden ob ich mir vielleicht noch Gedanken darüber mache was es denn in Android so für Standardmechanismen gibt also wenn ich Buttons habe kann ich auch in Android so States ähm die ähm die ähm die wenn sie gedrückt werden ähm die wenn sie gedrückt werden und nicht gedrückt werden unterschiedlich äh dann ausschauen das kann man alles XML basiert schön machen ähm das ist vielleicht was für den nächsten Schritt aber dieses Festhalten dass es dieses Konzept von Zuständen innerhalb meiner Anwendung gibt das ist vielleicht was äh was ich jetzt im Rahmen von der Konzipierung von meinem User Interface äh tatsächlich ableiten kann okay also ähm wir haben unsere Skizze mit ähm ganz vielen wunderbaren Gedanken dazu wie ähm unsere App ausschauen könnte und ähm dann ist der nächste Punkt und den möchte ich jetzt wenigstens noch ein bisschen ansprechen ähm dass wir daraus auch uns Gedanken machen müssen wie denn unsere Software auf Code Ebene ausschaut also wir machen jetzt einen harten Cut ähm das heißt nicht dass wenn sie an diese Stelle angekommen sind dass sie irgendwie drei Bilderchen mit ähm Quadraten und einer schlechten Trommel gemalt haben auch für ihr Projekt fertig sind sie müssen das ein bisschen aufwendiger machen aber ich weiß nicht wie gut ich äh mit meinen Zeichen und Sketching Fähigkeiten das rübergebracht habe aber ich hoffe sie haben gesehen dass man alleine durch dieses Aufzeichnen ganz ganz schnell schon super viel kommunizieren kann ähm ähm vielleicht ganz kurze Rückfrage an den Chat ähm ist das irgendwie auch positiv bei Ihnen jetzt äh rübergekommen dass ich dadurch dass ich dieses Stück Papier hatte und was aufgezeichnet habe ganz viel von den Vorstellungen die ich jetzt irgendwie gehabt habe über diese App auch die Sie da noch reingebracht haben ganz schnell kommunizieren konnte also diejenigen die vorher noch nicht so was gemacht haben ähm schreiben Sie mal in den Chat ja nein rein ob sie jetzt positiv davon überzeugt sind dass so einfache Sketches äh sehr gut äh dabei helfen oder unterstützen ähm sich auch untereinander Gedanken über die Struktur und das Aussehen von dem User Interface zu machen vielleicht ist das auch super offensichtlich ähm aber vielleicht ist es ja für manche Leute nicht offensichtlich weil sie das noch nirgendwo in einem Kurs gehört haben dass das einfach ein super leicht zu handhabendes Werkzeug ist um Ideen über die Gestaltung von Software zu kommunizieren also schreiben Sie einfach mal ja nein in den Chat rein ähm ob Sie diesen kleinen Exkurs für sinnvoll gehalten haben oder nicht und während Sie das machen ähm würde ich jetzt ähm mit dem nächsten Schritt weitermachen wollen und zwar würde ich jetzt gerne ähm sollte es eigentlich möglich sein dass mehrere Buttons parallel aktiv sind äh können wir uns also würden wir uns also würden wir uns ähm wenn wir die App wirklich gemeinsam implementieren wollen ähm an dieser Stelle einfach aushandeln ähm ich würde sagen ja das ist schon sinnvoll und in meiner in meinem Lösungsvorschlag habe ich es auch so implementiert also das offen das bringt dann glaube ich noch mal ein paar mehr Use Cases mit sich ähm wenn man den Nutzer und Nutzerinnen diese Möglichkeit gibt dass dann da Sounds parallel abgespielt werden weil vielleicht kann man die dann kombinieren ähm vielleicht möchte man auch ein paar mehr Use Cases mit sich ähm wenn man den Nutzer und Nutzerinnen diese Möglichkeit gibt dann auch zwei Sachen irgendwie in einer bestimmten Reihenfolge direkt nacheinander hören oder mit leichten Überschneidungen also würde ich jetzt einfach sagen ja ähm aber das wäre was was man jetzt an dieser Stelle oder vielleicht im Vorfeld einfach auch ähm klären müsste also da gibt's kein richtig oder falsch an dieser Stelle ich kann Ihnen nur sagen ich habe es so implementiert dass zwei Sachen oder mehr Sachen gleichzeitig abgespielt werden können vielleicht ist es sinnvoll irgendwelche Grenzwerte anzugeben weil sonst vielleicht einfach zu konfus wird aber ähm grundsätzlich ist das was was Sie dann ähm an dieser Stelle einfach planen sollten und so eine Frage ist super weil ähm das vielleicht ein Beispiel dafür ist an was nicht alle Leute gedacht haben aber an was man denken sollte also machen Sie sich so viele Gedanken auch über irgendwelche ich würde das jetzt nicht Edge Case nennen ich glaube das ist ein bisschen ähm ähm zu viel ähm zu viel da rein zu interpretieren aber das ist einfach eine Frage die man sich stellen sollte äh wie funktioniert meine App wie kann man mit dieser App interagieren und in unserem Fall ist es jetzt eine sehr einfache Frage kann ich mehr als einen Sound gleichzeitig abspielen ähm in Ihren Projekten werden es vielleicht wichtigere und schwierigere Fragen sein und je mehr Sie sich jetzt bevor Sie anfangen zu implementieren mit diesem Thema beschäftigen je mehr Sie zeichnen je mehr Sie Featurelisten aufstellen ähm je mehr Sie sich unterhalten über Ihre Anwendung äh desto mehr äh desto mehr von diesen vielleicht sehr offensichtlichen vielleicht aber auch weniger offensichtlichen Fragen ähm kann oder können Sie dann beantworten wir könnten uns ja auch überlegen ähm ist wirklich das Abspielen von Sounds das einzige was man irgendwie machen möchte gibt es vielleicht ein einmaliges Abspielen möchte ich vielleicht sowas wie ein automatisches Wiederholen ähm also eine Repeat Funktion einbauen wenn ja ähm wie gestalte ich das User Interface gibt es vielleicht zwei dann zwei verschiedene Art und Weisen wie man diesen Sound starten kann einfacher Klick Long Press oder so ähm muss ich dann vielleicht einen zusätzlichen Zustand noch abbilden wenn dieser Button in diesem Loop Modus ist ähm sind ja alles denkbare Fragen ähm die man sich stellen kann und ähm wenn Sie irgendwas rausgenommen haben aus diesem letzten Teil dann ähm dass man ganz ganz viel auf ganz ganz viele Dinge kommt wenn man sich das Ganze einfach mal visualisiert ähm okay ähm jetzt aber ähm jetzt aber weiter im Programm ähm gehen wir mal davon aus dass wir jetzt so eine Vorstellung davon haben wie unsere Software ausschauen könnte ähm das wäre jetzt vielleicht irgendwie der das ist auch mein Lösungsvorschlag ähm ich habe mich jetzt nicht zu stark verkünstelt aber ein bisschen versucht ähm in Anführungsstrichen das hübsch zu machen ähm ähm dieses ähm dieses ähm dieses ähm dieses Soundboard so könnte das vielleicht ausschauen und vielleicht ist sowas dann auf diesem Level ähm tatsächlich auch schon das Ergebnis von von ihrem Sketching also man kann dieses Sketching ja auch so weit treiben wie man möchte ähm sie können sich ja auch dann am Ende mit irgendeiner Software hinsetzen ähm ich benutze für sowas äh tatsächlich unglaublich gerne PowerPoint für so etwas höher äh High-Fidelity Prototypen aber es gibt ja auch spezielle Software für dieses User Interface Design Planen ähm und sowas könnte vielleicht am Ende stehen so soll unser User Interface jetzt ausschauen und ähm wir haben zum Beispiel gesagt ähm dass wir jetzt final festgestellt haben dass wir jetzt final festgestellt haben aufgrund von den Ideen die wir uns am Anfang gemacht haben und den Vorstellungen wie das User Interface ausschauen könnte dass wir irgendwie das Abspielen das Starten und Stoppen eines Sounds ähm ermöglichen wollen dass ähm jeder Sound einzeln angesteuert werden kann dass wir ähm den Status äh eines Sounds ähm ähm hervorheben möchten also hier sehen Sie dann zum Beispiel zum Beispiel dass jetzt in diesem Lösungsvorschlag ein Sound der gerade abgespielt wird so grau hinterlegt ist ähm Sie sehen hier ähm dass wir ähm gesagt haben oder uns überlegt haben dass wir den Nutzern und Nutzern ähm ähm diese Informationen mitgeben möchten ähm was ist denn das für ein Sound ich hab jetzt in dem Fall einfach nur Texte genommen weil ich ähm nicht so viele Icons gefunden habe äh die dazu passen ähm ähm war schon aufwendig genug irgendwie rechtefreie äh ähm Sounds zu finden ähm Sounds zu finden ähm die Sounds im Starterpaket sind auch ein bisschen andere als die die Sie hier sehen ähm ähm die kann man dann auch äh leichter teilen aber das sind jetzt Überlegungen die aus diesem Konzept hervorgehen ähm und ähm was ich mir auch überlegt habe ist dass ich das Ganze irgendwie halbwegs hübsch darstellen möchte deshalb habe ich mir irgendwie ein Farbschema überlegt ähm was gut zusammenpasst ähm also dieses äh leicht ins Lila übergehende Rot zusammen mit dem Grau ähm ist glaube ich ein ganz guter Kontrast ähm ich habe Ihnen schon mehrfach in dem Kurs äh diese Seite Colors.co gezeigt damit können Sie sich ähm Siems für ähm irgendwelche Anwendungen fürs User Interface selber gestalten also Sie können automatisch Farbschemen generieren die aufeinander abgestimmt sind ich habe mir noch überlegt dass ich ähm diese Buttons ein bisschen plastischer darstellen möchte deshalb sehen Sie ähm ich weiß nicht ob Sie das erkennen können aber das ist hier drunter nochmal so ein kleiner Schatten es sind einfach zwei übereinander liegende äh abgerundete Quadrate die so leicht verschoben sind und das untere ist ähm dunkler als das übere aber der gleiche Farbton und daraus durch entsteht dann dieser ähm ja dieser dieser Effekt eines äh leicht plastischen Buttons und da könnte man jetzt noch viel mehr sich irgendwie Gedanken drüber machen aber irgendwann ähm weiß man dann ungefähr wie die App sich verhalten soll wie sie ausschauen soll und ähm wie dieses Konzept auf Code eben äh wie dieses äh wie diese diese Anwendung dann ähm und weiß welche Features die App haben soll ähm wie diese App ausschauen soll und wie sie sich verhalten soll wenn Nutzer und Nutzerinnen mit diesem gedachten User Interface interagieren und irgendwann kann man es dann nicht mehr länger hinaus schieben und ähm man muss sich dann Gedanken darüber machen wie man das Ganze jetzt umsetzen möchte wir müssen das jetzt irgendwie implementieren wir müssen jetzt anfangen uns Gedanken darüber zu machen wie wir äh ein Android Projekt aufsetzen und selbst wenn wir äh am Anfang vielleicht die XML Dateien für das Layout und sowas erstellen irgendwann müssen wir äh damit anfangen auch Quellcode zu schreiben in unserem Fall Java Code der dann die Funktionalität die diese App haben soll äh auch entsprechend bereitstellt unsere App ähm den Ablauf unserer App steuert etc. etc. und auch hier ähm ist das erste was sie machen sollten ähm sich so eine Art Skizze machen das muss keine grafische Skizze sein vielleicht schreiben sie es irgendwie erstmal auf auch hier gilt aber wahrscheinlich dass irgendwie Papier oder irgendwas Visuelles keine schlechte Idee ist ähm und ähm sie sollten sich so einen groben Überblick darüber verschaffen was sie jetzt eigentlich für Klassen brauchen was sie für Ebenen vielleicht in ihrer Software haben ähm die man irgendwie identifizieren kann welche funktionalen Bereiche gehören zusammen ähm trennen sich aber von anderen Bereichen ab ähm was gibt es vielleicht für ähm für elementare Daten innerhalb ihrer Anwendung was sind so die essentiellen Klassen und Datenstrukturen äh die sie brauchen um diese Funktionalität bereitzustellen ähm wie hängen diese unterschiedlichen Komponenten zusammen ähm gibt es vielleicht bestimmte Art und Weisen wie die miteinander kommunizieren ähm welche Android spezifischen ähm 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 Techniken ähm Techniken APIs, Libraries etc. können sie an verschiedenen Stellen verwenden um diese Funktionalität umzusetzen das ist jetzt nichts wo ich ihnen genau sagen kann machen sie das so ähm es gibt Klammer auf wieder ganz viele Kurse eigentlich oder es sollte Kurse geben äh die sie ähm dann vielleicht zum Beispiel ähm darin unterstützen wie man sauber Software Design oder Software Architektur plant tatsächlich ähm ähm aber sie können ja einfach mal versuchen sich mehr Gedanken zu machen als sie sich machen würden wenn sie direkt drauf losprogrammieren alles was sie jetzt an dieser Stelle wieder außerhalb von Quellcode oder zumindest außerhalb von Android Studio sich überlegen hilft ihnen dabei ähm schneller mit diesem Projekt fertig zu werden weil wenn ich mir jetzt auf dem Papier überlege wie so eine Klasse ausschauen könnte und wie die zusammenhängt erkenne ich vielleicht Fehler oder Probleme oder erkenne dass ich noch eine andere Komponente brauche und wenn ich das erst erkenne wenn ich schon beim Programmieren bin dann muss ich vielleicht Code umschreiben ähm dann muss ich mir ein zweites Mal grundsätzliche Gedanken über äh die Struktur und die Hierarchien machen und wenn ich das im Vorfeld mache dann äh tue ich mir beim Umsetzen davon am Ende wieder wesentlich leichter ähm und noch viel wichtiger ähm wenn ich das nicht alleine mache sondern mit anderen Leuten mache dann ist es hier genauso wie bei dieser gemeinsamen Vorstellung was soll meine App denn können äh unglaublich wichtig dass sie so im Groben eine Idee haben wie das Ganze technisch auch realisiert werden soll und diese Idee innerhalb des Teams teilen weil dann weiß jeder ungefähr was auch die technische Zielvorstellung ist und nur dann wenn sie so grob eine Idee haben wie die Software aufgebaut ist das muss nicht so sein dass sie jede Klasse irgendwie ähm spezifizieren aber wenn sie grob wissen was was gibt es denn für große Bereiche in meiner Anwendung ähm wo sind vielleicht externe Daten die ich anbinden muss ähm was ist so der Ablauf innerhalb meiner Anwendung welche Komponenten werden wann initialisiert ähm wo werden vielleicht Informationen ausgetauscht ähm wenn sie das so grob wissen dann können sie sich auch die Arbeit aufteilen können sie sich vielleicht bestimmte Bereiche ähm ähm zuweisen sie können planen wie sie vielleicht auch vorgehen was die Reihenfolge der Implementierung angeht ähm ich möchte zuerst dieses Feature implementieren dann dieses Feature für dieses Feature brauche ich diese Bereiche meines User Interfaces und diese Bereiche von meinem Quellcode und damit fangen wir jetzt an also auch hier gilt wieder ähm wichtig ist nicht wie sie das machen sondern wichtig ist dass sie das machen und dass sie sich möglichst viele Gedanken machen und ganz wichtig ist natürlich am Ende dass es Enums gibt ähm sonst ist die App nur halb so schön ähm also das äh sollte äh wäre vielleicht eine eine super Idee in jedem Software Design so viele Enums wie nur irgendwie möglich unterzubringen sollte es natürlich nicht sein aber ähm vielleicht finden wir ja sogar hier irgendwie eine Möglichkeit äh diese wunderbaren Enums äh unterzubringen ähm wir können ja mal auch wenn ich ein Software Design vorbereitet hab was ich Ihnen gerne gleich vorstellen möchte vielleicht mal so gemein ein paar Eckpunkte ähm ein paar Eckpunkte ähm planen ähm und vielleicht können Sie mir einfach mal sagen ähm wenn Sie jetzt diese App sehen sehen diese App so könnte die irgendwie am Ende ausschauen ähm was fällt Ihnen denn ganz elementar an einer Klasse oder einem Bereich der Software ein die man auf jeden Fall braucht ähm also wenn Sie sich jetzt wenn Sie jetzt so ein Soundboard implementieren wollen würden ähm an was denken Sie vielleicht als allererstes wenn Sie sich überlegen wie der Quellcode strukturiert sein könnte ähm wenn Sie sowas umsetzen möchten ähm irgendeine irgendeine ganz elementare Klasse irgendeine ganz elementares Enum meinetwegen auch ähm müssen das noch nicht genau spezifizieren aber irgendein Konzept irgendeine Idee ähm die Sie auf jeden Fall in irgendeiner Java Art und Weise umsetzen möchten oder umsetzen müssen irgendeine Idee posten Sie einfach mal irgendwas in den Chat rein das reicht auch wenn es einfach nur ein Wort oder so ist irgendwas was Ihnen da einfällt Kollektor für Soundelemente Buttons das eine ist schon sehr funktional das andere ja Buttons brauchen wir auf jeden Fall ähm ähm ist die Frage wollen wir die selber implementieren komplett oder wollen wir da irgendwie was vorgefertigtes von Android benutzen wenn wir die selber implementieren möchten würde ich auch sagen dass wir vielleicht irgendwie ähm sowas wie einen ähm Sound Button vielleicht als Custom View haben wollen vielleicht könnte man das irgendwie machen also man macht eine eigene Klasse ähm für dieses für dieses Sound ähm Button ähm View das da könnte man dann den State vielleicht ganz schön äh abbilden ähm man könnte sich entsprechend das Layout überlegen was ähm in dieser Klasse drin ist und das dann so als Custom View Klasse abbilden ist vielleicht gar keine schlechte Idee muss zugeben dass ich es in meinem Lösungsansatz nicht gemacht habe ähm also wir haben eine App in der geht es um Sounds die werden abgespielt das ist irgendwie so der die Business Logik unserer Anwendung ähm das User Interface ist die Fassade dafür ähm die erlaubt es mir einzelne Sounds abzuspielen irgendwas was da klingelt was halten sie davon wenn wir mal auf jeden Fall uns überlegen das ist sowas wie eine Sound Klasse geben könnte oder ein Sound Enum wie auch immer sie ähm ähm in das ähm äh beschreiben oder dann konzipieren möchten aber so eine vielleicht sogar Klasse innerhalb unserer Anwendung die dazu dient die einzelnen Sounds unserer Anwendung die da unterstützt werden zu repräsentieren macht das für sie Sinn? oder ergibt das für sie Sinn? ähm das ist ja irgendwie ein super elementarer Teil von unserer Anwendung äh die die Grundidee ist ja dass ich hier eine Reihe von Sounds anbiete ähm den Nutzern und Nutzerinnen die können abgespielt werden das heißt da steckt wahrscheinlich irgendwie eine Sound Datei hinter ähm ähm ich hab irgendwie eine Möglichkeit oder ich hab in einem gewissen an einem gewissen Zeitpunkt der Nutzung meiner App den Wunsch dass dieser Sound gestartet wird ich möchte das Playback vielleicht wieder stoppen und das zu versuchen so als unterste Einheit meines Software Designs einzusetzen macht das so ein bisschen Sinn für sie? schreiben sie mal was in den Chat rein sind auch nicht mehr so viele Leute da aber vielleicht diejenigen die noch da sind haben zumindest eine Meinung dazu ich kann ja mal ein bisschen aufschreiben was ich mir da irgendwie so so vorstellen würde also ich würde mir irgendwie überlegen mhm das ist jetzt keine UML Notation oder sowas aber ich würde mir jetzt einfach mal überlegen so ein Sound ähm der hat vielleicht eine Ressource das ist irgendwie die Sound Datei die ähm mit diesem Sound verknüpft wird ähm der Sound hat vielleicht einen Status ein State ähm das könnte dann unser Idle oder unser Playing sein die Ressource wenn wir jetzt schon so weit gehen wollen würden wäre vielleicht ein Integer Wert ähm der verweist einfach auf irgendeine Datei im Ressourcenverzeichnis von ähm unserem Android Projekt dann habe ich vielleicht sowas wie eine Play Methode ich habe vielleicht sowas wie eine Pause Methode ich habe vielleicht sowas wie eine Stop Methode also diese klassischen Sachen die ich mit einem Sound machen kann vielleicht möchte ich das auch ähm auf einer anderen Ebene abbilden also vielleicht möchte ich diese Dinge gar nicht dem Sound überlassen sondern vielleicht habe ich sowas wie einen Sound Manager oder ich habe vielleicht sowas wie einen Audio Player und der arbeitet dann mit diesen Sounds ähm vielleicht habe ich diesen State als Enum abgebildet vielleicht habe ich auch die Ressourcen irgendwie in einer strukturierten Liste das ist jetzt alles gar nicht so wichtig aber worauf ich hinaus möchte ist ähm sich Gedanken darüber machen wie so ein Software Design ausschauen könnte ähm und vielleicht möchte vielleicht habe ich dann jetzt keinen Anspruch dass das die einzige richtige Lösung ist aber vielleicht komme ich irgendwann zu der äh Entscheidung ja ich möchte irgendwie einen Sound als elementares Element meiner Anwendung abbilden und dann überlege ich mir ähm vielleicht gibt es eine weitere Komponente die ähm sorgt dafür dass ich einen eine gute Möglichkeit habe auf die ganzen Sounds innerhalb meiner Anwendung zuzugreifen also so eine Art Fassade oder so eine Art ähm Manager vielleicht der ähm alle Sounds in meiner Anwendung kennt und es mir irgendwie erlaubt ähm ähm an den Stellen wo es notwendig ist äh darauf äh darauf äh zu reagieren also vielleicht habe ich dann einen Sound Manager und wenn ich jetzt hier schon so eine tolle Grafik habe dann kann ich mir auch gleich markieren oder reinschreiben in was für einem Verhältnis die stehen nochmal das ist kein Standard für irgendwie ein ein Software Design also das ist kein UML das ist kein Architektur Design das ist jetzt einfach meine Art und Weise wie ich gerade laut denke über ähm die Struktur vom Quellcode von dieser Sound App ich versuche einfach Gedanken die ich habe Zusammenhänge die ich habe oder die ich mir vorstelle zu visualisieren und genau das sollen sie auch tun machen sie sich irgendwie eine Skizze jedes jeden Strich den sie jetzt hier an dieser Stelle machen der ist tatsächlich Gold wert weil sie merken dann während sie das planen dass die Idee vielleicht blöd ist oder sie merken dass es Alternativen gibt oder sie merken dass die Idee super ist ähm der springende Punkt ist sie können ganz ganz viele Dinge ganz ganz viele Ideen generieren sie können sich ganz ganz viele Dinge überlegen Zusammenhänge skizzieren und sie müssen noch keine einzelne Stelle äh Code schreiben und im besten Fall nehmen sie sich so viel Zeit dass sie hier auch wieder so eine klare Vorstellung davon haben wie jetzt die Zusammenhänge innerhalb ihres Quellcodes sind welche größeren Bereiche es gibt vielleicht müssen sie nicht genau äh festlegen wie jetzt diese Soundklasse aufgebaut ist also sie müssen nicht hinschreiben dass die vielleicht irgendwie ähm eine öffentliche Integer Variable mit dem Namen Sound-ID hat die irgendwie eine r.android irgendwas Sound-Datei oder sowas ist das müssen sie vielleicht nicht machen aber vielleicht schreiben sie sich auf dass es so eine Soundklasse gibt und vielleicht skizzieren sie grob ähm was diese Soundklasse so tun soll und sie schreiben sich dann vielleicht auf okay ich habe so eine ganz grundsätzliche Möglichkeit diese Töne innerhalb meiner Anwendung abzubilden und ich möchte nicht immer an jeder Stelle meiner Anwendung vielleicht einzeln auf die zugreifen ich habe eine zentrale Stelle in meiner Anwendung mein Sound Manager habe ich das jetzt genannt der diese Sounds verwaltet dann notiere ich in meiner äh Grafik verwaltet alle Sounds der Anwendung und dann ähm denken wir vielleicht weiter nach ich möchte vielleicht dafür sorgen dass ähm dieser Sound immer eine Möglichkeit hat seinen Zustand ähm in dem er gerade befindet ähm intern und nach außen ähm abzugeben beziehungsweise zu repräsentieren und dann komme ich vielleicht auf die Idee dass ich sowas brauche wie einen Sound State und weil ich das ganz toll finde ähm ist das dann vielleicht mein Enum und ich notiere mir in meiner Grafik schon mal dass das vielleicht die Zustände hat idle oder playing und dann kann ich mir gleich überlegen es gibt hier irgendwie einen Zusammenhang oder machen wir es mal lieber so nutzt äh mein Sound braucht dieses Enum um seinen eigenen State abzubilden es wird ein bisschen verwirrend aber das ist jetzt gerade eine Grafik die entsteht das ist nicht die wie ich ähm am Ende dann dieses Software Design irgendwie visualisieren möchte nehmen Sie sich ein Stück Papier planen Sie so viel wie äh es irgendwie geht und vielleicht kommen Sie dann irgendwann zu der Erkenntnis ja das hier könnte irgendwie so der ähm der Bereich sein wie ich meine Sounds repräsentieren möchte und dann habe ich irgendwo meine Activity und die Activity verwaltet auf der einen Seite das User Interface und die verwaltet auf der anderen Seite meine ganzen Sounds kennt also vielleicht einen Sound Manager und sagt dem welche Sounds abgespielt werden sollen wenn das User Interface der Activity sagt welcher Button angeklickt wird und dann kommt der Sound Manager spielt den richtigen Sound ab und dann merkt man okay ähm irgendwann ist dieser Sound fertig und äh die Activity muss das irgendwie wissen damit sie dem User Interface sagt dass der Button wieder zurückgesetzt wird und dann fällt einem während man das skizziert vielleicht ein das wäre vielleicht nicht schlecht wenn es irgendwie so eine Art Sound Listener gibt also irgendwie ein Interface was ähm bestimmte Zustandsänderungen am Sound ähm dann entsprechend nach außen kommuniziert also zum Beispiel sowas wie on ready erinnern Sie sich zurück äh an die letzte Übungsaufgabe wir wissen Sounds müssen am Anfang vorbereitet werden damit die abgespielt werden können und vielleicht müssen wir diesen Moment ähm innerhalb unserer Software kommunizieren vielleicht müssen wir sagen ähm ähm play back finished äh müssen mitteilen wenn dieser Sound komplett abgespielt worden ist also wir definieren während wir unser Software Design konzipieren wie zum Beispiel der Sound Manager mit der Activity spricht Activity implementiert das Interface der Manager kennt die Activity als eine Instanz dieses Interfaces wenn der Sound fertig ist dann gibt der Sound Manager das an die Activity weiter oder vielleicht benutzen wir dieses Interface auch um die Verbindung zwischen Sound und Sound Manager äh aufzubauen äh aufzubauen gar nicht so wichtig wichtig ist nur ähm ähm auch hier wieder können wir mit ganz ganz einfachen Mitteln ähm Papier und Bleistift und bisschen mehr mehr Aufmerksamkeit und Sorgfalt als ich das jetzt an den Tag gelegt habe weil das kann wieder keiner lesen ähm ähm können wir ganz ganz viel planen und irgendwann ähm ähm wissen wir dann so viel über äh die Struktur von unserer Anwendung und über die Möglichkeiten das in Quellcode zu gießen dass wir anfangen können das umzusetzen also auch hier gilt wieder versuchen sie an alles mögliche zu denken und versuchen sie irgendwie eine Idee zu generieren wie ihre Software aufgebaut sein könnte und vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz zurück äh solche Sachen wie dass es vielleicht einen bestimmten Bereich gibt der das User Interface betrifft dass es vielleicht einen bestimmten Bereich gibt der die Daten betrifft dass es vielleicht eine Reihe von Activities gibt das sind so die wichtigen Sachen weil nach unten hin können sie das dann ja auch vielleicht einzeln ähm genauer aufteilen wenn sie ein bisschen erfahrener sind dann ist es sowieso immer schöner wenn man vielleicht als Programmierer oder Programmiererin nicht so eine klare Vorgabe hat implementiere bitte die Klassen mit den Eigenschaften das ist keine so tolle Idee das machen wir jetzt hier vielleicht um ihnen das Leben leichter zu machen ähm später ist es vielleicht eher so dass sie wissen ähm was sie für eine Funktion implementieren entscheiden dann selber was sie für Klassen äh dafür umsetzen aber diese grobe Vorstellung wo diese Klassen dann innerhalb der Anwendung verortet werden was es für große Bereiche gibt was es vielleicht für Philosophien gibt wie die Klassen miteinander kommunizieren sollen das können sie mit so einer einfachen Grafik ähm im Team sich von Anfang an sehr gut äh überlegen und jetzt in diesen Projekten versuchen sie das mal durchaus relativ tiefgehend zu planen also versuchen sie vielleicht sogar die wichtigen Klassen äh unter die wichtigsten Activities zumindest die es so in ihrer Anwendung gibt dann auch tatsächlich in so einem großen ganzen und vor allem die Zusammenhänge zwischen denen schon zu planen bevor sie das Ganze umsetzen ich würde ihnen jetzt gerne zum Abschluss für heute ähm mal zeigen wie ich mir das vorgestellt habe mhm wie man diese Software jetzt umsetzen könnte und dann können wir äh vielleicht weiß ich nicht genau vielleicht am Mittwochabend oder so ähm auch nochmal versuchen das zu implementieren also jetzt vielleicht nochmal ein kleines Beispiel dafür wie ich mir das ähm vorgestellt habe ähm ähm ich habe mir jetzt gedacht oder ähm glauben sie mir jetzt oder stellen sie sich vor wir sind jetzt an der Stelle angekommen dass wir uns ganz ganz viele Gedanken ähm über auch diese Quellcode Ebene gemacht haben und wir haben das ganz ganz lange ausgearbeitet und das was ich ihnen jetzt vorstelle könnte irgendwie so die bis ins kleinste Detail mehr oder weniger oder bis ins vorletzte Detail äh ausgearbeitete Struktur für diese diese Quellcode Struktur sein also ich habe mir überlegt was gibt's für Klassen was sollen die tun und das ist jetzt das Ergebnis davon ich habe mir überlegt dass es diesen Bereich der Sounds gibt es gibt den Bereich der User Interfaces und es gibt den Bereich der Activities also Activities so als die großen Komponenten der Android App ähm die das Ganze zusammenhalten vielleicht wären dann Services oder sowas was auf einer der beiden Seiten auftaucht die Activities könnte man auch nochmal unterteilen in Fragments oder so aber vielleicht sind die dann auch schon wieder einem der Bereiche User Interface oder sowas zugeordnet aber ich habe mir erstmal überlegt das sind so die drei Bereiche die ich in meiner Anwendung abgrenzen möchte und dann habe ich mir überlegt die Activity die macht so wenig wie nur irgendwie möglich die initialisiert alle anderen Komponenten ich brauche für die App so wie ich sie geplant habe auch nur eine Activity und die vermittelt vor allem zwischen den Bereichen alles was dann spezifisch ist ähm wie schaut das User Interface aus wie werde ich auf Events reagieren Button Klicks oder so und wie spiele ich eigentlich meine Sounds ab das passiert alles in den anderen Bereichen die Activity die ist nur dieser zentrale Anlaufpunkt für die gesamte App in der der Rest initialisiert wird und die reagiert dann einfach auf das was die anderen machen und gibt da Informationen weiter dann habe ich mir überlegt ähm ich schaffe irgendwie eine Klasse die einen Sound abbildet die repräsentiert einen abspielbaren Sound innerhalb meiner Anwendung und ich habe mir jetzt überlegt ähm ich mache das so dass jeder Sound seinen eigenen Media Player hat das ist was worüber sie sehr stark nachdenken sollten ist das eine gute Idee jeder Media Player den sie neu instanzieren wir haben das ja schon mal gemacht ähm kostet Ressourcen so wie ich die App geplant habe würde ich das in Kauf nehmen ähm wenn es jetzt ganz ganz viele Sounds sind mehr als diese 12 oder 16 müsste man sich darüber Gedanken machen aber ich bin zu dem Schluss gekommen jeder Sound hat einen Media Player und kann abgespielt werden es gibt andere Sachen wie man das in Android machen kann ich habe mich für diese diese Lösung entschieden dann habe ich mir überlegt ähm ich möchte zwar den Sound so wie er während meine App läuft ähm repräsentiert wird ähm als Klasse abbilden oder als Instanzen dieser Klasse damit ich mit denen interagieren kann also ich möchte über diese Objekte einen Sound abspielen einen Sound stoppen ähm informiert werden wenn sich dessen Zustand ändert aber ich möchte irgendwo auch ähm eine Liste haben mit allen Sounds die eigentlich in meiner Anwendung vorhanden sind weil ich weiß es gibt eine Datei die abgespielt werden soll und zu jeder Datei gehört ein Titel und vielleicht wollen wir ja tatsächlich zu jedem Sound auch so einen Icon abbilden und ich möchte das irgendwo bevor es diese Sound Objekte gibt die beim Anwendungsstart instanziert werden abbilden deshalb ein Enum Sound Asset in dem diese Basisinformationen für alle Sounds abgebildet sind dann habe ich mir überlegt es gibt einen Sound Manager ähm der ist der Ansprechpartner für alle Komponenten meiner Anwendung die irgendwas mit diesen Sounds machen möchten der spielt die ab der erkennt die alle ich ähm hab diesen Sound State den ich ähm brauche um den Zustand eines Sounds abzubilden das ist ein Enum ähm das existiert damit das vom Sound verwendet werden kann um seinen Zustand abzubilden ich hab ähm einen Listener der dafür genutzt wird ähm mitzubekommen wenn sich der Zustand also der State eines Sounds ändert und ich hab mir überlegt ähm ich muss wahrscheinlich irgendwann diesen Sound rumschicken in meiner Anwendung weil ich schon so im Hinterkopf hatte dass ja auch ein Sound irgendwie im User Interface repräsentiert werden muss ich muss ja am Ende dieses Grid aufmachen äh in dem die Sounds alle äh dargestellt werden mit ihren Buttons und ähm gibt's unterschiedliche Ideen wie man das machen kann ich hab mich dafür entschieden dass es in meiner App noch so einen Sound Proxy gibt das ist ein ganz blöder Name dafür ähm das müsste man irgendwie noch ändern Container oder so und was die Objekte machen sollen die sollen den aktuellen Zustand eines Sounds also den State, die ID und den Titel ähm alles das was unveränderbar irgendwie ist äh kapseln und das möchte ich dann rumschicken ich möchte nicht das Sound Objekt selber rumschicken das soll im Manager bleiben da soll nicht jeder irgendwie die Möglichkeit haben das abzuspielen oder so aber wenn ich Sounds irgendwie weitergeben muss damit das User Interface im Grid eine Repräsentation dieser Sounds in Form von einem Button anzeigt dann äh benutze ich diesen Proxy also ich hab mir im Design schon überlegt ähm dass ich zwei eigentlich drei Repräsentationen von Sounds in meiner Anwendung hab die Rohdaten das Objekt ähm mit dem tatsächlich interagiert wird und ähm den Proxy mit dem ich sicher diesen ähm Sound kommunizieren kann innerhalb meiner Anwendung dann hab ich noch ähm mir überlegt dass der Manager wahrscheinlich mit anderen Komponenten ähm der Anwendung kommunizieren muss wenn sich irgendwas an den Sounds ändert und hab so einen Listener Interface ähm geplant der anderen Seite des User Interface ist jetzt relativ einfach das sind einfach die Klassen die ich brauche um ähm so ein klassisches Recycler View zu bedienen ich hab mir überlegt dass ich einen Adapter brauche ähm der kennt diese Sound Proxys und ähm hilft einem Recycler View dabei äh dieses Grid mit den Buttons anzuzeigen ich hab einen View Holder da braucht man ja für äh äh den Adapter für diesen Recycler View der dann so einen einzelnen Button repräsentiert und ich muss kennen sie auch aus einem anderen ähm Kontext wenn ein so ein Button angeklickt wird im Recycler View das irgendwie durch die App durchjagen damit es an der richtigen Stelle ankommt und äh das ist dann so ein Listener der einfach nur ähm ähm dazu dient dass der Adapter nach außen kommunizieren kann wenn bestimmter Sound ähm ähm Button ausgewählt worden ist das sind so die Klassen die ich mir überlegt habe und ich hab hier das hab ich jetzt grad schon so ein bisschen versucht zu erzählen äh auch mir überlegt wie die zusammenhängen also dass zum Beispiel ein Sound Manager ähm ähm am Anfang die ganzen Sounds initialisiert indem es sich die Sound Assets anschaut also welche Rohdaten sind vorhanden und für jedes Set an Rohdaten einen Sound erstellt und die dann abspeichert oder dass zum Beispiel der Sound Manager ähm ähm dieses Sound State ein Big Listener Interface implementiert und eine Verbindung beim Erzeugen der Sounds aufbaut um informiert zu werden wenn sich irgendwas an so einem Sound ändert oder ich hab mir aufgeschrieben dass ähm wenn diese Stelle diese Situation auftritt in der ich einen Sound irgendwie repräsentieren muss für die Außenwelt äh dieser Sound selber seinen aktuellen State in so einem Proxy kapselt äh und das dann zum Beispiel über eine Methode rausgibt damit der Sound Manager zum Beispiel diese Repräsentation dann an andere Komponenten weitergeben kann dann habe ich mir überlegt die Activity die muss ja irgendwie mit diesem ganzen linken Teil des Sounds kommunizieren die ist ein Sound Manager Listener also implementiert dieses Interface und kennt einen Sound Manager kommuniziert direkt oder indirekt über die Listener Methoden mit diesem Teilbereich meiner Anwendung dann habe ich mir überlegt ähm wie das im User Interface ausschaut das ist ganz klassisch der Adapter ähm nutzt diesen View Holder also diese andere Klasse ähm um die einzelnen Views für den Recycler View zu erzeugen die Activity initialisiert und kennt den Adapter wird es ganz am Anfang den ganz am Anfang initialisieren ähm und ähm implementiert das Sound Button Listener Interface damit der Adapter der Activity dann am Ende ähm irgendwie auch wieder mitteilen kann wenn im User Interface was passiert was dann erst in die Activity und darüber dann an den Sound Manager weitergegeben wird ähm vielleicht letzte Frage für heute ähm wenn Sie sich das jetzt mal so anschauen und sich überlegen dass wir eigentlich nur eine Sound Board App bauen wollten ähm würden Sie sagen dieses Design ist angemessen ähm zu einfach oder zu kompliziert wenn Sie da jetzt mal ganz schnell Ihre spontane Meinung ähm in den Chat reinschreiben sollten oder können äh passt zu kompliziert zu einfach einfach auf die Frage ähm finden Sie diese diese Komplexität einer Klassenstruktur angemessen für das Problem was wir lösen wollen und wenn ich schon so frage können Sie sich vielleicht überlegen dass ich Ihnen nicht böse wäre wenn Sie schreiben würden zu komplex also was ist da so Ihre Meinung ähm zu kompliziert genau richtig ähm ist mir noch nicht kompliziert genug ich möchte noch irgendwie zwei oder drei weitere Unterebenen und Listener Interfaces haben haben Sie da eine Meinung zu keine Meinung ähm ich würde sagen auf den ersten Blick ist das ein bisschen zu kompliziert ähm das ist aber gar nicht genau richtig finde ich okay danke ähm ich würde sagen dass es ein bisschen ähm sind die Listener nicht in der eigentlichen Klassen ist das verwirrend ja äh wenn wir es dann umsetzen ist es vielleicht ein bisschen weniger kompliziert weil wir die Listener immer so als innere Klassen ansiedeln könnten aber ich würde sagen es ist fast ein bisschen zu kompliziert ähm wenn man sich mal überlegt dass am Ende ich auf einen Button klicken möchte dann soll ein Sound abgespielt werden aber das ist natürlich aus einem guten Grund vielleicht ein bisschen an der oberen Komplexitätsgrenze und wenn Sie das jetzt genau richtig finden ist es vielleicht ja auch gar nicht zu komplex also vielleicht passt das ja auch so warum ich Ihnen das jetzt in dieser Ausführlichkeit gezeigt habe ist ähm weil man hier glaube ich ein wesentliches Prinzip ganz gut sieht dass wir auf der einen Seite diese Sounds haben die existieren losgelöst vom User Interface und auf der anderen Seite haben wir das User Interface was die Schaltflächen repräsentiert mit denen man diese diese Sounds auslösen und abspielen kann in der Mitte ist die Activity die kennt beide Bereiche und die interagiert oder die agiert als Vermittler zwischen diesen Bereichen und das ist das Entscheidende dass man sich so ein bisschen Gedanken darüber macht in was für Bereiche in was für Ebenen kann man diese Anwendung aufteilen und was implementiere ich dann in unterschiedlichen Ebenen an Funktionalität ein bisschen weiter denkt kommt man dann irgendwann zu solchen Konzepten wie MVC Model View Controller was genau das irgendwie umsetzt ich habe Ebenen in meiner Anwendung die auf eine bestimmte Art und Weise zusammenhängen und ich verorte dann einzelne Bestandteile meiner Anwendung an ganz bestimmten Stellen von meinem Code und setze die da um beziehungsweise implementiere da diesen Teilbereich der Funktionalität der nicht in andere Ebenen meiner Anwendung übergeht im User Interface steht nur das was für das User Interface zuständig ist in den Bereich der Sounds steht nur das was notwendig ist um die Sounds abzuspielen da gibt es keine Überschneidung die Activity ist die einzige Stelle die beide Ebenen kennt und die zwischen denen vermittelt und dann ist immer so ein bisschen weit her geholt zu sagen dann könnte ich das User Interface komplett ersetzen ist natürlich Unsinn niemand würde das User Interface komplett ersetzen aber es gibt andere Vorteile also ich kann mich dann gezielter darauf konzentrieren diese einzelnen Bereiche zu implementieren ich sorge automatisch dafür dass es eine sehr lose Kopplung zwischen diesen Bereichen gibt alle Klassen stehen so ein bisschen für sich und wenn ich da irgendwas dran ändere dann muss ich immer nur an bestimmten anderen Stellen vielleicht was ändern weil sich nur in eine Richtung das Interface geändert hat also wenn zum Beispiel im Sound sich irgendwie leicht was ändert reicht es vielleicht die Verbindung zwischen Sound Manager und Sound anzupassen später im Verlauf der Implementierung aber die Art und Weise wie der Sound Manager das dann an die Activity kommuniziert die ist vielleicht davon gar nicht betroffen weil sich das alles nur in diesem einen Bereich abspielt und dadurch gewinnen sie wenn sie sich so ausgiebig damit beschäftigen sehr viele Vorteile für die eigentliche Umsetzung weil mit diesem Plan könnten wir jetzt anfangen das relativ schnell umzusetzen diese Software und genau das würde ich dann auch im nächsten Stream gerne mit ihnen machen da würde ich nämlich dann anfangen erstmal diese grundsätzliche diese grundsätzlichen Klassen für die Sounds abzubilden dann würden wir oder werden wir uns damit beschäftigen diese Manager Schicht zu implementieren die also diese grundlegenden Sounds nutzt und die verwaltet und das Playback ermöglicht dann implementieren wir die Activity beziehungsweise initialisieren in der Activity den Sound Bereich und den User Interface Bereich und bringen das dann beides zusammen indem wir in der Activity auf die Eingaben der Nutzer und Nutzerin reagieren die uns aus dem User Interface Bereich mitgeteilt werden und die dann umwandeln in konkrete Befehle an den Sound Manager und das dann weiterreichen in diese Sound Schicht unserer Anwendung und das war jetzt eine ganz ganz lange Einleitung in eine eigentlich sehr einfache App wie gesagt ich finde auf jeden Fall nochmal einen Abend diese Woche an dem wir weitermachen können Freitag dann im Stream werden wir aber nicht hiermit weitermachen sondern da besprechen wir noch ein bisschen was organisatorisches zu den Projekten und zu der Klausur und bis dahin danke ich ihnen jetzt einfach erstmal für ihre Aufmerksamkeit schön dass so viele von ihnen noch bis zum Ende dran geblieben sind und jetzt machen wir aber Schluss ich wünsche ihnen noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann in einem extra Stream diese Woche irgendwann nochmal und sonst spätestens am Freitag bis dahin haben sie eine schöne Zeit und auf Wiedersehen auf nach 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 Untertitelung des ZDF, 2020